Oh, der Michael macht jetzt Kneipp-Kur. Na ja. Mach mal den Flamingo. Ich hab auch. Oh, ja. Schöne Durchblutung jetzt, oder? Ja. Oh, das sieht ruhig, ne? Wow. Ja. 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 Da ist der Reiseleiter dahinten. Da steht er. Da sind die anderen Crewmitglieder. Hoch die Tassen, hoch die Leise, frisch gemästert. Hoch die Tassen, hoch die Tassen. Ah, lecker. Da sind alle kaputt. Da können die Leute mal sehen, wie gesund wir hier leben. Ja. Ja, natürlich. Ja. Jetzt geht's raus. Jetzt machen wir hier. Das sind unsere Schafpferde. Das ist doch Schafpferde, oder? Okay, schon mal ein bisschen dran. Ja. Nee. Ja. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.